ja willkommen mein namen ist dann lieber hier und ich begrüße euch zurück zu let's play fallout 4 hat hat nick noch okay gerade hat nick noch an sich ein bisschen herumgeschraubt wortwörtlich mit einem schraubenzieher und ja jetzt glaube ich nicht mehr in der folge stelle aber egal in der letzte folge haben wir sinnlos das wird land erkundet und jetzt machen wir damit weiter wir sind im university point oder auch nicht credit union gehen wir da mal rein sieht irgendwie so aus als wäre irgendwie so ein tresor raum oder irgendwie so was und ja ich wollte eigentlich okay wir reisen nur schon so lange miteinander und ich dachte mir dass unser informationsfluss etwas einseitig ist ich weiß einigermaßen über deine schmutzwäsche bescheid aber du weißt noch immer so gut wie nichts über mich ich dachte mir ich bringe das mal ins lot also gibt es etwas was du wissen möchtest das detektiv outfit wer bist du was hat es mit den klamotten auf sich als ich die agentur gründete dachte ich mir dass ein detektiv so etwas tragen sollte ich habe ein paar alte schwache erinnerungen aus der vorkriegszeit von kern die so angezogen waren und tun was ich tue ich dachte mir das hut und trenchcoat den leuten zeigen dass ich es ernst meine kleider machen leute und so dachte mir wohl dass ich so der mann werde der ich sein wollte okay wer bist du sieg nach der antwort auf diese frage suche ich selbst schon verdammt lange ich weiß dass ich ein zünd bin echte instituts handarbeit aber ich bin immer noch mechanisch nicht gehen manipuliert wie die schicken sind heute hier unheil treiben ich gehe in die werkstatt nicht zum arzt aber meine erinnerung meine persönlichkeit gehören einem polizisten der sich vor dem krieg zu einem experiment bereit erklärt hat sie haben sein gehirn eingelesen und es auf die hardware kopiert die zwischen meinen ohren sitzt keine ahnung warum sie einen roboter programmieren der auf einem vorkriegspolizisten basiert und nicht auf einem mathegenie oder einem genforscher aber hey vielleicht hat das institut mich deswegen auf den müll geworfen anstatt mich zu einem ihrer kidnapper zu machen aus meiner zeit du bist ein roboter moment mal der ursprüngliche nick stammt aus meiner zeit definitiv und deshalb war es als ich endlich hier draußen war ein echt unsanftes erwachen ich weiß noch wie ich in einem müllhaufen zu mir kam mein körper zerfetzt und mein kopf voller erinnerungen eines mannes seit 200 jahren tot war ich muss wohl nicht das war ja so ganz am am besten die leute noch kaum etwas über sind als ich schließlich menschen begegnete waren die meisten eher vorsichtig als feindselig aber die kinder die hatten keine angst ich glaube sein name war der erste der mich nach meinem exil aus dem institut ansprach mein erster menschlicher kontakt hat mich eine stunde lang ausgefragt als sie sahen dass ich harmlos war kam auch der rest der nachbarschaft um sich den mechanischen menschen anzusehen am ende war es ein echt netter abend der mechaniker dort hat mir sogar eine kostenlose inspektion verpasst diese leute haben mich wie einen echten menschen behandelt seitdem versuche ich mich dafür zu revanchieren das findet man hier draußen nur recht selten mir ist aufgefallen dass dir das am herzen liegt mit ein grund warum ich noch immer hier bin ich wollte später einmal zurückkehren und mich bedanken der ort war ausradiert keine ahnung was aus den leuten geworden ist wenn du gut zu menschen bist sind sie gut zu dir da glaube ich ganz fest ganz klar mein nun bevor ich dich jetzt komplett zu tode langweile mit meinen anekdoten sollten wir lieber aufbrechen das letzte gespräch war erst mal kein besuch aus der vergangenheit ist wo ist der meine güte was stüle die haben fasziniert da musst du unbedingt dahin ja gleich wieder reinge rennt ich bin schon so an so da muss ich da muss ich drauf sitzen wenn der gleich weg guckt der dann gesetzlich so was von einer aufbaut wird denn so aufregend so okay nein wer erwartet es gibt noch andere leute die irgendwie hier luten gibt es doch nicht okay durch terminals kommen wir ihnen uns bewundern lassen schon mal groß terminals und jetzt nicht so schwer zu finden und zu knacken so ok ja und schlug knacken können so richtig geiles haare jetzt ist also tost gerade da und jetzt nur alle noch jetzt sehe ich nur ein triff ross man könnte ja weinen da wir irgendwas geiles drin weil meister verschlossen ist aber ich nehme jetzt mal sehr stark an es ist einfach nur irgendein zufälliger wieder so unterschied zu den sachen im vortrag 3 ok 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 gut so viel dazu da ist noch einer ein tresor in dem ein kopf kopf erben ein knopf drin war und so im kopf drin war das sehr heftig ein strom gewerter wird schon anfall kriegen welche die dinger öffnen geschafft er sein aussehen würde nämlich einfach nur böse anguckt wie ich da versuche hier die dinger zu öffnen und ich gucke nur einmal so zehn rüber und sie nur so einen stechenden blick von ihm so ok was haben wir noch und man ist da noch keine gegner glaube ich ok grenzenloses potenzial perfekt um mehr grenze magazin kapazität was ok das macht mich neugierig meistens kann die ich muss ja nie nachladen ein lasergewehr oder eine laserpistole das wäre irgendwie gut wenn das irgendwie so dingens wäre na so ein mg teil halt ich hatte so ein mg lasergewehr umbauen würde ganz unendlich ballern ich mich schaffte es immer noch besser an l und Oww Das sind die O-O-O-Ls ich nehme mal an wenn wir so im verdacht hat hier eine riesig lange dann schon ist und hier eigentlich der ausgang ist weil ich kann mir nicht vorstellen hat jetzt hier ich komme jetzt hier rein und ich finde schon direkt irgendwie eine waffe und so wenn wir vorstellen ich bin schon hier so am ende des dungeons oder auch nicht okay so viel dazu nicht hat irgendwie so gesagt hier geht es noch eine ganze ecke weiter wahrscheinlich so aus hier wir haben eine waffe recht einzigartige waffe mit recht einzigartigen effekt nicht schlecht ich habe mir gerade vorgestellt um begrenzte munition man hat irgendwie ein effekt für der auch für jede waffe irgendwie verfügbar ist oder habe ich mir in verbindung mit einem fat man vorgestellt das wäre auch krank 20 schüsse auf einmal abgeben so die und die und die und die und die und die und die ohne nachzuladen habe ich auch hammer oder raketenwerfer direkt 80 schüsse abgeben das muss ich aber noch der ist der ding zeit mehr mit dem finger das möchte ich aber noch auf die andere seite weil ja genau hier das wahrscheinlich zwar nix aber muss man ja gucken und dann war ja noch so ein anderer ort fährt mir gerade noch so ein du magst aktivitäten nicht wachen ja da ist da irgendwie noch so ein großes gebäude aber ne dagegen immer hier war auch noch jemand weil ich bin der bowlingbahn irgendwie verwechselt haben gibt es ja auch noch das wäre für ein spiel gibt es dann irgendwann zu erkunden so ein basketball platz und so weil es hier alles mal gibt es sagt dann ja eine siedlung bauen ist einfach mal so ein schock bewegung bleiben wir sind wir echt verwundet sprich du für dich selber ich habe eine dicke power armor an mir kann so schnell nichts passieren also wenn ich mich selber mit einem fat man weg puste das sieht echt so aus als wäre irgendwie hier so siedlungspotenzial diesen laden schon haben schickt der presse nämlich nicht hier ich habe die gegner hier schon alle weggeballert ja ich musste gott verdammt ich kann ja immer gegen die decke glaube aber wenn ihr eine werkstatt wo ist vielleicht war mal so verkauf stellen und so muss man irgendwie mit links bauen waffenwerkbank selber schraut weil es auch von luxus hier ich neuer und wo eine werkstatt finden wir sind da irgendwo eine werkstatt geben ist irgendwie schon zu perfekt hier aus station ist ja auch wenn sie sehr richtig gemütlich mache silvias holoband zeig mal Ja. Wenn wir dem Institut geben, was es will, oder auch nur das Mädchen, dann lassen Sie uns vielleicht in Ruhe. Ja, ja. Was ist denn jetzt zweimal ein Ja gesagt? Ja. Ja, Institut hat hier was mit zu tun. Dann führt hier Leute, nehme ich an. Hier ist eine Mädchen aus dem Holoband vom letzten Part. So, ich muss da irgendwo eine Werkstatt sein, mit ich irgendwie, aber hier sind so viele Sachen, irgendwie. Da ist ein Gebäude, da ist ein Gebäude, wo man rein kann. Hier schon wieder so, perfekt. Ich habe, kann man doch keine Siedlung bauen, aber perfekt irgendwie. Ja, da bin ich jetzt da drin gewesen. Wir sind so viele Läden und so. Ich muss doch irgendwo eine blöde Werkbank sein. Und mich, dass ich jetzt eine Siedlung machen kann. Weil wir für Verschwendung sind nur bei Läden und so. Das heißt, Geld. Wahrscheinlich spawnt die Ass. Wenn ich irgendwie mit dem Preston rede. Und sage, ich muss eine neue Siedlung und sie finden. Oder so. Ich muss unbedingt mal ein Jetpack einbauen. Aber so ein Zufall, ich muss auch nicht essen und schlafen. Schlafen tue ich nur. Zufällig. Ja, guck mal, hier ist ein Generator. Was ich nicht aktivieren kann. Oh, hier ist so viel. Kannst du doch locker eine Dings bauen. Ne, Dingens, na. Siedlung. Ich muss nicht sagen, dass hier eine blöde Werkbank ist. Gott, verdammt. Jetzt haben wir noch. Nicht viel, okay. Und dann eben nicht. Dann gehen wir mal. Hier reden. Vielleicht kann ich ja hier eine Werkbank oder so machen. Also hier sind irgendwie Verkäufsstände. Hier ist eine Farm gewesen. Laborstation und all sowas. Man kann hier keine verdammte Siedlung bauen. Weil dann gibt er mir irgendwie hier so Aufgaben. Ja, hier ist so ein kleiner. Weil nicht so ein kleiner Turm oder so. Der ist perfekt für eine Siedlung. Kannst ja mal vorbeigehen. Eine tausendmal bessere Siedlung als... Au, wat? Achso, ah. Oh. Wo wurde ich denn angeschossen? Wo denn? Wo war ich denn angeschossen? Wow. Bewegung entdeckt. Seltsam. Oh nein. Studentenabschluss. Wo war ich denn schon mal? Alles nur Fehler. Vielleicht soll ich es auch irgendwie angucken. Ich will mal gucken, ob ich irgendwie so Easter Eggs mal finde hier in dem Spiel. Ich forderte mir Wegas war mal ein Star Wars Easter Egg. Da hat man irgendwie so... ...so zwei Leichen gefunden. Die hatten irgendwie den Namen von... Lukes Onkel und Tante, glaube ich. Wer oder was auch immer sie sind. Ich weiß, dass sie da draußen sind. Hallo. Wo? Ach. Wo? Ach. Da seid ihr. Ihre Siedlung ist wohl vermeidbar. Aber das ist nicht näher, verdammt. Ich bin so ein Klammer. Ich bin so ein Klammer. Du hast dich. Ich bin so ein Klammer. hallo bist du deine arme verloren und so ich meine deine weile ja möchte es nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel wir stinken jetzt zu sein da war ein schlechter effekt so wie hierzu das war das erste ein schönes feuer suchen diese klamotten reinwerfen was sind es bist du denn meisterhaft verschlossene türen gerne akzeptiert dann machen wir die in der nächsten folge okay ich sage den ort hier tun wir in der nächsten folge erkunden ich danke mich ein herzlich versuch und sagt tschüss bis zur nächsten folge